So Leute, das ist nur ein kleines Infovideo an alle. Denkt dran, der UEFA Euro 2020 Cup. Ja, wir haben 2021, aber offiziell ist es eigentlich immer noch die Europameisterschaft 2020. Bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ist es immer noch die Europameisterschaft 2020 oder jetzt 2021? 2021. Da, wir wissen, alle vier Jahre Weltmeisterschaft, alle zwei Jahre ist eine Weltmeisterschaft und dazwischen halt die Europameisterschaft. Aber ich frage mich gerade selber, ob es wirklich nicht auf 2021 geändert wurde. Aber denkt dran, der Cup beginnt gleich, beziehungsweise in einer halben Stunde. Da könnt ihr dann gewisse Dinge euch erspielen und zwar ziemlich easy eigentlich. Für 10 Punkte bekommt ihr ein Emoticon und wenn ihr 20 Punkte gesammelt habt, bekommt ihr noch zusätzlich das Spray-Motiv dabei. Also holt euch gerne die ganzen Items noch kostenlos mit. Ist halt einfach rum, ist ja nicht schwer. Ich sag mal ganz ehrlich, ihr bekommt bei Tab 50, bekommt ihr schon den ersten Punkt. Jede Eliminierung gibt zwei Punkte. Versteckt euch irgendwo im Busch. Ich sag's euch nur einfach, wie es ist. Bleibt ganz entspannt, sammelt eure, sag jetzt mal, 25 Punkte. Nicht, dass da irgendwas schief geht. Und in dem Sinne würde ich sagen, ihr seht schon, ich muss mich jetzt noch dran setzen an die legendären Aufgaben. Warum die heute kommen, ich denke mal, sie sollten wahrscheinlich gestern schon reinkommen, kam aber heute erst rein. Aus dem Grund, ich kümmere mich erstmal schnell da drum. Und dann hole ich mir noch schnell die zwei Items mit. Und in dem Sinne, euch auf jeden Fall noch einen sonnigen Mittwoch und haut rein. Und dann hole ich noch ein bisschen. Und dann hole ich noch einen mit. Und dann hoffe ich, es sich homeowners einfach nicht beschredigen. Vielen Dank.